Moin Leute, willkommen bei meiner achten Ausgabe der PQK News Show. Bentley hat den neuen Continental GT vorgestellt. Das ist jetzt die dritte Generation und viel wurde nicht verändert. Es ist quasi ein Facelift, vorne die Front wurde verändert, die äußeren Lichter sind jetzt wieder etwas kleiner. Es ist ein bisschen kantiger. Der Motor ist derselbe. Das ist ein W12 Motor, also 4x4 Zylinder, der 626 PS generiert und den Wagen in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Was allerdings neu ist, ist das Getriebe und zwar ist jetzt ein 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verbaut worden. Und der Wagen hat jetzt auch eine Start-Stop-Automatik und man kann die Hälfte der Zylinder ausschalten, damit man Spritz spart. Also das macht er automatisch, wenn man nicht so sehr aufs Gas geht. Kommen wir zu Porsche. Die haben auch die dritte Generation vom Cayenne vorgestellt. Der ist ja nun schon etwas älter. Das war damals das erste Auto, was Porsche abseits von den Sportwagen gebaut hat, also in der neuen Generation. Und er sieht wieder gut aus, wie ich finde. Ich fand die zweite Generation nicht so geil. Die erste fand ich schön bullig. Da war wirklich was dran. Jetzt die dritte Generation sieht wirklich wieder sehr cool aus. Der Wagen kommt letztendlich in zwei Versionen erstmal. Es gibt kein Diesel, womit das wohl zusammenhängt. Aber dafür gibt es den normalen Cayenne und den Cayenne S. Es gibt noch kein Cayenne Turbo, kein GTS, kein Cayenne Turbo S, sondern erstmal nur die zwei Einstiegsmodelle an der Stelle, die letztendlich 340 und 440 PS haben und dann im Cayenne S letztendlich den Wagen in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Top-Geschwindigkeit ist da 265. Es gibt noch eine andere Veränderung bei Porsche und zwar ist der Cayenne der erste Porsche, der nicht mehr in Deutschland gebaut wird. Vorher wurde der Cayenne wie der Macan und der Panamera in Leipzig gebaut. Der Cayenne wird jetzt in Bratislava gebaut. Dort werden auch andere SUVs vom Volkswagen-Konzern gebaut, von Audi. Ich glaube auch der Bentley wird dort gebaut. Also die kommen da alle zusammen, weil die auch letztendlich alle auf derselben Plattform basieren. Dann eine ganz knappe News, wo ich euch auch nur das Video zeige. Mercedes hat von der S-Klasse das Cabrio vorgestellt. Ist ein richtig großes Schiff, aber mit Cabrio ist das sicherlich auch sehr entspannt damit durch die Gegend zu fahren. Und es sieht, finde ich, cool aus, wie das aufgeht. Und so viel ist diese Woche auch gar nicht mehr passiert, bis auf in der Elektrowelt. Da wurde einiges vorgestellt und zwar hat BMW den i3s vorgestellt, der jetzt nochmal mit mehr Leistung daherkommt. Es gab jetzt keine äußeren optischen Veränderungen, aber der i3s hat nochmal mehr Power und beschleunigt von 0 auf 100 in 6,9 Sekunden. Das sind 0,4 schneller als der vor- bzw. das normale Modell. Also jetzt wirklich keine große Veränderung, aber BMW arbeitet an den i-Modellen. Der Roadster von dem i8 wurde auch gerade vorgestellt. Dann noch was Neues an der Elektromotoren-Auto-Front. Und Mini hat, also gehört ja auch zu BMW, die sind da momentan sehr hoch im Kurs mit den Elektromotoren. Die haben ein E-Konzept vorgestellt. Der sieht relativ schick aus. Er erinnert immer noch an den Benziner, aber hat trotzdem noch so besondere Züge, wo man letztendlich sagen kann, okay, das ist ein E-Wagen. Es ist noch ein Konzept, also wir wissen nicht, wie das Serienmodell am Ende aussieht, aber da werden wir auch mehr sehen. Und zu guter Letzt, Smart hat auch ein E-Konzept vorgestellt, das aber nur wirklich ganz klein mit einem Bild angeteasert. Uns steht die IAA bevor übernächste Woche. Da werden wir sicherlich nochmal sehr viele neue Autos sehen, auch letztendlich in dem Elektro-Bereich, in dem Hybrid-Bereich. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich werde, geplant ist, dass ich da bin. Ich bin jetzt nur nächste Woche im Urlaub, also quasi fahre ich in ein paar Stunden los. Deswegen habe ich das heute auch ein bisschen zeitsparender gemacht, weil ich wirklich bald los muss. Ich treffe mich auch noch mit einem YouTuber. Also gerade ist wirklich sehr viel los. Entschuldigung, dass ich jetzt hier das so schnell mache, aber ich hoffe, dass auch in eurem Interesse, dass ihr schnell die News bekommt. Ich werde auch wieder das große Studio rausholen, aber gerade habe ich einfach echt wenig Zeit. Es ist anstrengend, ein YouTuber zu sein irgendwo. Ich habe noch sehr viel zu schneiden, da kommen noch sehr viele Tests. Genau, nächste Woche bin ich im Urlaub. Da werdet ihr wahrscheinlich nicht so viel von mir sehen, aber ich werde tolle Aufnahmen machen. Ich bin wieder mit Autos unterwegs. Ich kriege einen R8 V10 Plus Spyder für eine ganze Woche und fahre damit durch die Alpen bis runter Monaco. Das wird sehr spannend. Guckt mal bei Instagram rein, da werde ich Storys posten, vielleicht auch mal ein Live-Video auf Facebook oder YouTube. Ich bin sehr aufgeregt. Das wird super. So, damit verabschiede ich mich auch für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst ein Like da. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann werde ich irgendwie versuchen, aus den Alpen euch irgendwas zu schicken. Wir werden sehen. Bis dann. Schöne Woche. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao.